Mh, 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 Mh. WTF ist das im Chat? Prostitute child. Ich bin hier gerade die ganze Zeit der Baukeeper und ein bisschen Geld zu verdienen. Hi, ich bin die Frau in unserer Beziehung. I don't care, mate. Da kommt die traurige Wahrheit. Ich kann hier aber ein bisschen fliehen. Schön, dass du es eingesehen hast. Cock am Mund. Nein, das war fast noch nicht, aber ich glaube es ist so... Ja, ja, ja. Oh, ich kann es nicht mehr hören. In dem Club spielt es die ganze Zeit tatsächlich ein Lied. Schau doch mal an. Ich sehe aus wie mein Vater Papa. Ich kann dir leider nichts anbieten. Ich bin über 12. Erstmal einen Job finden. Wie findest du einen Job? Ich arbeite bei McDonalds. Spielt heute Fußball oder so? Zeig euch nicht. Dann sind die Nachbarn bei mir draußen wieder nur betrunken. Warte, wie lange geht die Arbeit noch? Das Spiel gibt dir wirklich das Gefühl, dass es dir lang zu langweilig wird die Arbeit. Okay, jetzt kann ich mir neue Sachen kaufen. Shopping! Du musst aber auch Essen kaufen. Schuss für ein richtigen Leben. Magasüchtig sind für bis 25. Du bist nicht magasüchtig. Du isst mir zu wenig. Scott on 7 in uns! There is an order where the guest only wants four nachos. I want it! Gibbs Rose. Thank you! I must get working now. Meet you at 5 pm. In front of the company. What the fuck is happening on my stream? Give money please. Hilf doch, der zu mir! Er klappt dabei den Klo! Ich bin besetzt! Er ist in meinem Haus! Er klappt dabei eine Tür! Im Badezimmer! Komm, du zu meinem Haus! Ich bin zufriedig, was harweigt ist, sorry! Ich würde dir helfen, aber ... nein! Gut, wo ist dein Haus ins Haus? ja da war es aber doch nach links rechts ach so das appartement hier ja ist die rechte das geradeaus das kleider ist das kleider ist es ist doch laufen könnte ja vor dem stück scheiße so ich bin mal das ist ein sehr ungünstiger zeitpunkt ich kann nicht fahren er sieht interessant aus was haben wir aus dem gelernt dass man genau ins licht laufen sollte bevor wir in diese verbotene mine reingehen muss ich kurz mein handy checken das möchte ich mal kurz es ist nicht so sicher alles hier aus gibt es hier vielleicht irgendwie warte bleibt dort wo du bist ich komme euch wieder ich muss ja kurz was holen wie bist du rausgekommen ich habe mich mit hier angefreundet ich bin ein schneebetschen was ist mit den sieben zwergen die sieben zwergen du meinst die sieben zuhörter ähm wo auch immer wir sind ich bin am zringen kannst du warte warte auf mich warte auf mich okay wo ist der hei der mich jetzt vergewaltigt nobody enjoys sowjet wumble du musst dahin was ist das für ein übergang warte wo bist du auf einmal fängt hier wieder wasser an wo ist das mit deinem auto ist das wollte ich auch gerade fragen ich weiß es nicht wo bist du ich hab doch gesagt ich bin mein club lifts oh ich will das den ganzen blick wieder zurück schwimmen i want to number 9 number 9 launch raus aus meinem geschäft wenn sie es anfassen müssen sie es bezahlen hehehe klingelstreich oh da ist mein lieb da lebt hier jemand drinnen berg was da ist dich also ich bin so wie eine ex freundin du wirst mit sich los ich hab keine ex freundin mein lächeln sagt alles aus überfahren ich so viel bricht dazu und was nichts Hallo, darkness, mein alter Freund Hey! Ah! Hey! Lala, hey! My body is ready for Shadow Freddy He ain't the sharpest tool in the shed Oh mein Gott, der war schwarz, deswegen hab ich mein Einkauf verkackt Oh, noch ein schwarzer, super, noch einer von euch Ja, das kann man nicht sagen auf YouTube Ach, er stütte dem Sack auf! Ich geh mir noch auf deine Powerboy-Fan Möchtest du heute schon eine Nacht? Ich bin ganz stark Was ist das günstigste Angebot? Und was beinhaltet ist? Ah, das ist der höchst süße Okay, ähm Schau auf deinen Kontostand Und so verdient man Money Mein erstes mit deinem Bruder, er darf mich nicht so sehen Oh, ja, oh Oh, das ist so ein Traum des Horstmeisters Treiben Ey, das kostet Spider-Likes Okay Alter, schau mal was die für riesige Pillen die haben Wo soll man die einführen? An nahe? Es gibt hier doch dieses riesige Motil-Stild, ne? Jaa Da steh ich drauf Und ich dachte ich wäre der Nutter Was? Nein, nein! Überfahren meinen kleinen Bruder, tu mir den Gefallen Wo ist er? Unter die Unterzeiten Ich bin Schau ich Faster than my bullet All the other kids Kill him, lot I'm doing my best, lot I'm gonna hang for his chop-da We're gonna try it next time Mission failed Du schau mal, wie sieh ich aus You fucking slut Das sieht doch schneller aus als das andere. Definitiv. Es ist baufrei, man sieht den VR. Roblox ist ein Spiel für Kinder ab 6 Jahre alt. Mein kleiner Bruder, er ist neid. Old enough for consent. Time for some consensual rage. Wir brauchen noch einen dritten. Dein Bruder. Nein. 100 Euro nur. Warte, warte, ich muss kurz... Keine 100 Euro dafür. Jetzt hol deinen Bruder und mach mit ihm Schweinzeugs auf dem Bett. Los. Ich warte. Ich hab Geld. Du nicht. Du bist meine Schlampe. Drück mir deine Kiste aufs Gesicht. Ich will, dass es vorbei ist. Du. 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 Was macht... Was macht dein Bruder? Du. 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 Kennst du noch einen was? Dinkelbr Maggie Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Sind wir schon mal zu sein? ARGH! 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 Jerry? Jerry? I want you to fuck me Jerry! FUCK ME!